Herzlich willkommen zur Astlepios Gesundheitssendung. Bilder von Intensivstationen zeigen häufig Patienten, die künstlich beatmet werden müssen. Sei es über einen Schlauch, sei es über eine Maske oder über andere Methoden. Welche dieser Methoden ist für welchen Zweck gut? Was sind die Vor- und Nachteile dieser Therapien für den Patienten? Das ist unser Thema heute. Bei mir ist Dr. Florian Bornitz. Er ist Chefarzt der Pneumologie, der internistischen Intensivmedizin und des Weaning Zentrums an der Astlepios Klinik Barbeck. Schön, dass Sie Zeit haben mit Dr. Bornitz. Vielen Dank für die Einladung, Frau Carla. Gerne. Sagen Sie uns, in welchen Fällen muss ein Patient beatmet werden? Viele von uns werden das schon mal erlebt haben, aber sich vielleicht gar nicht an die Beatmung erinnern. Beatmung machen wir häufig, wenn wir operieren und eine Narkose notwendig ist. Dann muss für die Narkosemedikamente die Atmung künstlich übernommen werden. Dafür brauchen wir einen Beatmungsschlauch und es erfolgt eine tiefe Bewusstlosigkeit, sodass die Beatmung gut ertragen werden kann. Genau, weil es ja doch nicht so angenehm ist, vermutlich so einen Schlauch durch den Rachen hindurch und dann eben auch eine Luftröhre zu haben. Aber Operation ist so ein Thema, das man sich auch gut vorstellen kann. Gibt es ansonsten auch spezielle Krankheiten, bei denen man beatmen muss? Es gibt viele Krankheitsbilder in der Intensivmedizin, die dazu führen, dass Patienten so krank sind, dass die Atmung alleine nicht mehr ausreichen kann. Ein Beispiel wäre zum Beispiel eine schwere Lungenentzündung, wo die Lunge mit Entzündungswasser durchsetzt ist und ihre Aufgaben alleine nicht mehr ausreichend wahrnehmen kann. Es gibt aber auch chronische Lungenerkrankungen aus dem Bereich der Lungenheilkunde, die in vielen Situationen dazu führen können, dass eine künstliche Beatmung notwendig wird. Hier ist zum Beispiel die chronische Bronchitis, die COPD, in fortgeschrittenen Stadien häufig anzutreffen, die dazu führt, dass man Menschen beatmen muss. Das heißt, es kommt also unter Umständen aus der Schwäche der Lunge heraus, dass man beatmen muss, aber es kann glaube ich auch sein, dass der Körper drumherum es einfach nicht hinbekommt, dass diese ganze, ich nenne es mal, Maschinerie des Ein- und Ausatmens noch funktioniert wahrscheinlich. Das ist genau richtig. Wir denken bei Beatmung häufig daran, dass man den Sauerstoff ersetzen muss, um den Körper ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Das ist bei einigen Krankheitsbildern in der Tat der Fall. Es gibt aber auch Krankheiten, wo der Körper es nicht mehr schafft, ausreichend selber zu atmen, weil er erschöpft ist, weil er zu belastet ist von dem akuten Krankheitsgeschehen und dann von seiner Atemmuskulatur erschöpft. Und auch dann müssen wir mit Beatmung helfen. Und macht man das eigentlich mit Sauerstoff oder mit Luft? Denn wir atmen ja Luft eigentlich. Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben in unserer Umgebungsluft ungefähr 21 Prozent Sauerstoff. Und wenn wir eine akute Erkrankung haben, wo ein Sauerstoffmangel im Körper vorliegt, dann versuchen wir natürlich mit mehr Sauerstoffzufuhr auch unter der Beatmung eine zügige Verbesserung zu erreichen. Man kann dann mit entsprechenden Zugaben von Sauerstoff bis zu 100 Prozent, also reiner Sauerstoffbeatmung arbeiten, muss aber immer gucken, dass man Stück für Stück den Sauerstoffbedarf des Körpers erkennt und genau misst, wie viel Sauerstoff muss noch zugeführt werden. Also je weniger Sättigung im Blut ist, da gibt es glaube ich auch so eine magische Zahl, 90 Prozent habe ich mal gelesen. Das ist genau richtig. Es gibt verschiedene magische Zahlen. Das hat so ein bisschen was mit auch den Fachrichtungen zu tun. Natürlich könnte man bis zu 100 Prozent Sättigung gehen. Und es muss aber gerade bei chronisch lungenkranken Menschen nicht immer die 100 und auch nicht immer die 99 Prozent sein. Sie sagen genau richtig, 90 Prozent ist da ein guter Wert, an dem man sich orientieren kann, um eben auch nicht durch zu viel Sauerstoff eventuelle Schäden zu erreichen. Genau, denn Sauerstoff ist ja eigentlich giftig, oder irre ich mich da? Das würde ich so ganz pauschal nicht unterschreiben, dass Sauerstoff an sich giftig ist, aber Sauerstoff ist ein Medikament, so wie wir es anwenden und jedes Medikament braucht eine richtige Dosis. Und auch bei Sauerstoff müssen wir aufpassen, dass wir nicht durch reinen Sauerstoff vielleicht eine Schädigung von kleinsten, feinsten Lungenzellen erreichen können, wenn wir zu lange zu hoch dosiert Sauerstoff geben. Wenn wir hoch dosiert Sauerstoff brauchen in einem akuten Geschehen, dann wird der Körper das dankend annehmen und es nicht als Gift betrachten. Genau, die Dosis macht das Gift wahrscheinlich in dem Zusammenhang. Wer oder was entscheidet darüber, dass ich die richtige Dosis bekomme von dem Gift? Ist das Ermessen in diesem Fall des Fachmanns, also von Ihnen? Intensivmedizin ist immer ein Teamgeschäft. Und Sie brauchen ein gutes Team, was geschult ist, wo einer sozusagen als Kapitän die Fahrt vorgibt und schaut, dass auch alles richtig ist. Aber Sie können nicht alle kleinsten Werte kontrollieren. Und wir messen ja sehr, sehr viele Werte in der Intensivmedizin. Man kann das so ein bisschen wie mit einem Flugzeugcockpit vergleichen. Wenn man sieht, wie die Monitorüberwachung eines Intensivpatienten ist, da werden nicht nur die Sauerstoffsättigungen, da werden der Blutdruck, der Herzfrequenz und viele, viele weitere Werte engmaschig kontrolliert. Und da gibt es natürlich Vorgaben, wo wir sagen, der Krankenschwester in aller Regel, die dann als Teammitglied am nächsten am Bett steht, die dann auch die Einstellung bei der Sauerstoffmenge kurzfristig reduzieren kann, sodass man sehr dynamisch da genau dranbleiben kann und eben schaut, dass so viel wie nötig und so wenig wie möglich gegeben werden kann. Genau. Nun gibt es ja verschiedene Methoden. Also es gibt eine Maske, es gibt einen Schlauch, den nennen Sie Tubus. Es gibt auch die Methode, wo man ein Loch in die Luftröhre schneidet. Wann ist was gut? So frage ich mal. Alles hat seinen Stellenwert. Wir haben vorhin schon kurz über die kurze Narkose für die Operation gesprochen. Da wird man in aller Regel, um einen sicheren Weg in die Lunge und die Atemwege zu haben, diesen Tubus nehmen. Auch in der akuten Phase einer schweren Erkrankung mit einer Bewusstlosigkeit wird man immer diese Maßnahme wählen, um einen, wir sagen, sicheren Atemweg zu haben, wo man Luftbewegung und ausreichend Sauerstoffgemisch in die Lunge hinein beatmen kann. Es gibt aber auch viele Situationen, gerade auf Intensivstationen, wo es grenzwertige Bereiche gibt, wo man sieht, der Patient tut sich schwer mit seiner Erkrankung und man kann ihm mit Beatmung helfen und trotzdem die Patienten noch wach lassen. Das hat nämlich viele Vorteile. Wenn Sie Narkose machen, um einen Beatmungsschlauch zu setzen, dann brauchen Sie Narkosemedikamente, dann muss der Patient schlafen, er muss künstlich ernährt werden, er braucht in der Regel dann kreislaufunterstützende Medikamente, man muss auf jeden Fall die Urinableitung durch einen Katheter machen, man muss einen großen Venenzugang haben, um die ganzen Medikamente auch in den Patienten reinzubekommen. Und das sind alles notwendige Dinge, die aber auch immer ein gewisses Risiko bergen, zum Beispiel einer Infektion. Wenn wir einen Patienten haben, den wir noch wach haben und können Ihnen mit einer Maske, mit Druckluftbeatmung helfen, dann hat das viele Vorzüge, eventuelle Komplikationen eines langen Intensivaufenthalts zu verhindern. Und auch über so eine Maske können wir eine Sauerstoffbeimischung, wie wir es nennen, also die Sauerstoffkonzentration, regulieren. Und man kann auch dort die Drucke, mit der die Luft abgegeben wird, den Patienten individuell anpassen, muss natürlich gucken, dass es auch den Patienten dann nutzt. Und es ist ein Verfahren, was es jetzt seit etabliert gut 20 Jahren erst gibt, vielleicht 30 Jahre, dass wir das in Deutschland so anwenden. Und wir wissen, dass bei vielen Erkrankungen, zum Beispiel bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, der COPD, wenn die in eine akute Krise gerät, und wir machen Beatmung mit einer Maske, statt gleich einen Schlauch einzustecken in die Luftröhre, dass man da einen Teil der Patienten, dass sich das Leben retten kann, wenn man diese speziellen Beatmungstechniken kennt, die Erkrankung versteht und die Beatmung auch entsprechend für den Patienten gut einstellen kann. Ja, und gibt es aber ja auch noch den Luftröhrenschnitt? Richtig. Wenn wir jetzt doch einen Patienten haben, der zum Beispiel bei einer schweren Lungenentzündung langfristig oder längerfristig beatmet werden muss, und wir reden hier über Zeiträume, die durchaus auch mal eine Woche und mehr künstlicher im Koma mit Beatmung bedingen, dann wollen wir, wenn wir sehen, dass die Veränderungen im Krankheitsverlauf zwar günstig sind, der Patient es aber vielleicht einfach noch nicht schafft, ohne diese Beatmung hinzukommen, dann verlagern wir gerne diesen Tubus in den Bereich eines Luftröhrenschnittes, was einfach den Vorteil hat, dass der Patient dann auch wacher werden kann, weil der Luftröhrenschnitt, wenn er einmal angelegt ist, jetzt keine wesentlichen Schmerzen macht, auch kein Fremdkörpergefühl in ausgeprägter Menge macht, sondern sehr gut toleriert werden kann und wir sozusagen den Patienten dann wach werden kann und ihn trotzdem noch sicher beatmen können. Ja, genau, er merkt nichts davon, er kann, glaube ich, sogar auch essen und trinken. Das kann bis dahin gehen, dass man auch so wach ist, wenn es noch die Atemmuskulatur zu schwach ist und man eine Beatmungsunterstützung braucht, dass man dann auch wieder essen und trinken mit Luftröhrenschnitt durchaus kann und der Vorteil des Luftröhrenschnittes zudem ist, dass man auch die Beatmung wieder wegnehmen kann und wieder anfangen kann. Wenn Sie ein Tubus drin haben in Narkose, dann schläft man, dann ist das nicht möglich, sodass man Stück für Stück dann Beatmung entwöhnen kann. Entwöhnung, das ist schon so ein Stichwort, da wollte ich jetzt so langsam hin. Also es wird ja beatmet durch Überdruck, das heißt, man presst ein Luftsauerstoffgemisch in unterschiedlichen Anteilen in die Lunge hinein und der Körper lässt die Luft wieder heraus. Normalerweise ist das etwas, was wir ja alle machen, ohne darüber nachzudenken. Ich sage jetzt mal, es erfolgt vegetativ, also ohne großes Zutun. Kann es denn dann sein, dass so eine Beatmung von außen der Lunge gar nicht gut tut, also dass die schadet? Das ist so ein bisschen wie bei dem Sauerstoff, da hatten wir es auch schon davon. Wenn Beatmung nötig ist, dann ist Beatmung wichtig und lebenserhaltend. Das muss man klar sagen. Wenn es akute Situationen gibt, wo es keine Alternative zur Beatmung gibt, und die gibt es in vielen Fällen nicht, dann muss man beatmen. Dann muss man auch längerfristig beatmen. Aber wir wissen schon, dass auch Beatmung an sich, wie Sie richtig sagen, es ist eigentlich ein unphysiologischer Weg, die Luft zu bewegen, weil wir normalerweise die Luft passiv einziehen und dann in dem Fall aber mit Überdruck in die Lunge hineinpressen, dass das auch Folgeschäden haben kann. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man schaut, dass die Beatmung richtig eingestellt ist. Beatmungseinstellung ist wahnsinnig schwierig. Nicht nur, weil sie bei jedem Menschen anders ist, sondern auch bei jedem Krankheitsbild anders und angepasst sein muss. Je kränker der Patient, desto ungewöhnlicher vielleicht auch für unser normales Atemmuster. Das kann zu Schäden führen, aber wenn wir rechtzeitig daran denken, auch Beatmung wieder zu beenden, dann können wir dadurch verhindern, dass es langfristige Lungenschäden gibt. Genau, darauf wollte ich raus. Also ich glaube, das Problem der Muskulatur ist, wenn sie nicht gebraucht wird, dann baut sie ab. Und das scheint dann ja auch so bei der Atemmuskulatur zu sein. So habe ich Sie verstanden. Genau, das ist genau so. Das scheint man entwöhnen muss, wenn man längere Zeit beatmet. Was heißt denn das, entwöhnen? Im Fachjargon nennen wir das Weaning. Das ist ein englischer Begriff, der eigentlich abstillen heißt. Und so ein bisschen ist das auch im Weaning. Wir stillen von der Beatmung ab. Das heißt, es hat etwas stattgefunden und wir versuchen Stück für Stück, den Patienten über einen Zeitraum, der völlig unterschiedlich lang sein kann, wieder von der Beatmung zu entwöhnen. Das kann nach der anfangs erwähnten Narkose sein, dass man das Narkosegas und die Narkosemedikamente weglässt. Dann fängt der Patient selber an zu atmen. Und man entfernt den Schlauch und das Weaning ist sozusagen fertig. Das kann aber auch sein, dass es ein chronisch Lungenkranker ist, der über viele Wochen schon im künstlichen Koma war, wo die Atemmuskulatur, wie Sie richtig sagten, abgebaut hat. Und Muskulatur baut extrem schnell ab. Das kennen wir alle, wenn wir mit einer schweren Treppe im Bett liegen und dann wieder aufstehen und merken, wie schwer uns auf einmal das Laufen manchmal fallen mag. Und so ist es auch bei der Atemmuskulatur, wenn die Beatmung das übernommen hat. Und Weaning kann dann durchaus auch mal im Bereich von Wochen oder Monaten dauern, bis man eine Beatmung komplett wieder abstellen kann. Genau, also bis wieder der eigene Intervall gefunden ist. Es kann aber, glaube ich, auch in einigen Fällen passieren, dass das gar nicht funktioniert, das Weaning, und dass man dann zu Hause weiter beatmet. Das gibt es in Deutschland tatsächlich. Es gibt eine ganze Reihe Betroffener, die auch mit einer Beatmung zu Hause sind. Das kann eine Beatmung über eine Maske sein, wie wir es vorhin schon erwähnt haben. Das kann man in aller Regel fast selbstständig machen und muss das nur, wie es der eine oder andere aus dem Schlaflabor vielleicht kennt, nächtlich anwenden. Da reichen acht Stunden. Es gibt aber auch Menschen, die mit Luftröhrenschnitt zu Hause versorgt sind, weil sie einen ganz, ganz langen Verlauf hatten. Das ist dann sehr aufwendig und auch für die Betroffenen häufig nicht ganz einfach, weil man sozusagen mit der Beatmung dann auch so eine kleine Intensivstation in die Häuslichkeit mitkriegt. Und das ist was, wo wir auch als Weaning-Zentrum immer wieder gucken, dass das eben nicht passieren muss. In ganz seltenen Fällen geht es nicht. Es gibt manche Erkrankungen, die lassen einfach von der muskulären Erschöpfung keine Entwöhnung von der Beatmung zu. Und dort ist eine häusliche, invasive Beatmung möglich. Es gibt aber auch viele Krankheitsbilder, wo man immer wieder schauen muss. Gibt es nicht doch eine Chance? Und wir wissen auch nach Monaten der Beatmung ist immer noch eine kleine Chance da, die Beatmung wieder zu entwöhnen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Frau Kader, ich danke. Und wir sehen uns wieder auf www.aslepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund! Wir sehen uns wieder auf Facebook und auf Facebook und auf Facebook und auf Facebook und auf Facebook.